Nein, das sind Konsequenzen, das ist die Ernte. Das, was man gesät hat, kriegt man am Ende global, als Menschheit. Das anzunehmen, dass wir das zum Teil gemacht haben, zum Teil mit uns machen ließen, was nicht besser ist. Aber sie haben uns doch belogen. Das ist nicht besser. Wenn du selbst geirrt hättest, wäre es noch besser. Dass wir in der Zeit der Konsequenzen sind. Dass wir jetzt nicht abgekapselt von Vergangenheit, ausgesagte Zukunft, verraten Leben, vergewaltigten Planeten, einfach das alles nicht mehr sehen und sagen, aber jetzt wollen wir keinen Krieg, keine Kataklysme, keine Umwälzung. Das soll doch jetzt sanft bitte laufen, weil mir hart nicht gefällt. Es ist scheißegal, ob dir das gefiltert hat, nicht. Ernte ist Ernte. Es ist drei Meter vor der Mauer und du fährst mit 200 kmh. Und drei Meter davon zu sagen, vielleicht doch lieber abbiegen. Historisch gesehen. In diesem kurzen Ein-Tag-Fliegen-Bewusstsein, dass wir einen Haufen Zeit haben, haben wir gar nicht. Wir sind in der Zeitlupe, im normalen menschlichen Tagesbewusstsein, das ist eine Zeitlupe. Und da erscheint das Glas, wenn es fällt, wenn du in der Zeitlupe anschaust, vielleicht kann man doch irgendwo stoppen oder doch auffangen. Nein, wenn ich es lasse, dann schafft es niemand. In der Zeitlupe entsteht eine Illusion, das wäre noch machbar. Doch nicht. Doch, es wird krachen. Es kracht schon. Wir sind am Ärmten. Das gehört zuerst akzeptiert. Das ist Bewandtnis hat. Dass wir dabei waren in anderen Inkarnationen. Dass wir nicht weiß und flauschig sind. Und auch nicht waren. Mag sein, dass du jetzt ein gutes Herz hast, endlich nach deinen hunderten Inkarnationen. Aber du warst auch mal Arschloch. Und ich auch. Und du auch. Wir haben das alles angerührt. Bevor die meisten Menschen, die da draußen laufen, überhaupt die erste Inkarnation hatten. Zwei, dreimal hier. Zwei, dreimal inkarniert. Alles sind gar nicht mitgekriegt. Haben damit nichts zu tun gehabt. Neuausschüttungen. Nicht mal ein kompletter Sargotypensystem. Aktiviert. Und wir wollen das sieht. Die Idioten. Wir guten hier, spirituellen, haben die ganze Weisheit mit großen Esslöffeln gefressen. Aber die Idioten da. Nein, nein. Wir sind die Idioten. Das sind unschuldige Kinder da draußen. Wir haben alles verbockt. Wir haben den Wagen an die Wand gefahren. Zum Teil, weil wir die Macht nicht übernommen haben. Weil wir einfach verfickte, ewige Opposition sind. Wir spielen ums Verrecken Opposition. Wir hassen die Macht. Macht ist schlecht. Macht ist was für Politiker. Die Schöpfung durstet nach guter Macht. Und wenn die Gescheiten sie nicht ausüben, nicht praktizieren, dann praktizieren das Verbrecher. Aber wir sind dann unschuldig, oder was? Nein, sind wir nicht. Zum Teil ist unterlassene Hilfeleistung schwerwiegender, als misslungene Versuche zu helfen. Also, da sollen wir uns alles zuzuschreiben. Nicht, um Schuldkomplexe zu entwickeln und noch untätiger zu werden. Sondern, um zu sagen, puh, dann machen wir jetzt besser. Das ist die einzig richtige Antwort auf diese historische Herausforderung, vor der wir stehen. Dass wir es besser machen werden, sollen, müssen, weil das das Gebot des Gewissens ist. Unser Planet, unsere Menschheit, unsere Geschichte, unsere Versäumnisse, es soll korrigiert werden. Das ist ein Weg in die gerechte Macht, auf Grundlage des Gewissens. Nein.